Hallo aus dem Envy-Studio! Ich bekomme heute Marvel Blading gemacht. Ich bin schon urgespannt, weil es ist eine semi-permanente Art und Weise, sich die Augenbrauen nachziehen zu lassen. Und ich glaube, es ist nicht ganz schmerzfrei. Aber schauen wir mal, Hauptsache besser als das hier. So, ich hole mir jetzt meine Betäubung. Das hat gar nicht so weh getan. Das hat sich jetzt so angefühlt, als würde jemand mit einer scharfen Pinzette meine Augenbrauen zupfen. Das war voll okay. Bis jetzt geht's. Das ist aber auch nur die Anästhesie. Muss ich dann meine Augenbrauen zupfen? Na schon. Ich brauch's das. Okay, sie hat's mir jetzt quasi vorgezeichnet. Ich finde die Form eigentlich ganz gut. Also, die Striche kommen nicht weg. Sonst wär's fläschig. Aber ja, ich glaube, jetzt geht's mit dem Ritzen los. Okay. Letzte Worte. Geh. Wird schon passen. Ich hab sechs Tätowierungen. Es kann nicht schlimmer werden als das. Ich find's jetzt grundsätzlich nicht so schmerzhaft. Aber es ist unangenehm. Das Geräusch ist unangenehm. Und auf einer Skala von eins bis fünf, wobei fünf ganz schlimm ist, ist es so zwei. Es geht also. Geht schon. Ich bin urzufrieden. Ich hätte mir das nicht gedacht. Es ist jetzt noch nicht ganz so dicht, wie ich es wollte. Aber das machen wir in der Nachuntersuchung, in sechs Wochen. Aber so wie es jetzt ist, finde ich mich schon sehr schön. Würde ich jederzeit wieder machen. Und ich kann's wirklich nur weiterempfehlen. Ich mein, fragt mich in sechs Wochen nochmal. Aber grundsätzlich bin ich sehr happy. Danke, Envy Studio. Danke, Envy Studio.